Mein Auftritt stand wirklich auf der Kippe, denn er hat seit gestern Abend Herpes. Ist aber gerade unfair, du hast ein Mikro und ich nicht, weil ich hab mir hören lassen, wenn derjenige das Mikro hat, der hat die Macht. Bin ich an dem Fall jetzt. Das stimmt gar nicht. Los, schreit mal alle. Yeah, 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 yeah. Ja, kannst du mal kicken, Holger, wie das ja hier war. Schreit mal alle, yeah, 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 yeah. In meiner Meinung aber lauter, komm, kriegst du wieder. Was wolltest du sagen, wegen dem Herpes oder was? Nee, überhaupt nicht, sondern ich wollte nur sagen, der Mann, der hat heute einen Riesenlauf. Denn Christin, der Stürmer, hat ihn gesehen, hat ihn angelächelt und hat gesagt, du bist es heute. Ein Riesenapplaus für Klusi von Friday, von den Firebirds. Und die ganzen Jungs sind einfach alle spitze, Alex, du bist schon ganz neidisch. Ihr seid alle gut.